Das ist jetzt alles? Ja. Unten haben wir auch ein bisschen was Kartrope. Spricht aber für die Qualität, weil das haben wir schon über 20 Jahre. Okay. Ja, aber das ist echt schön. Das gefällt mir sehr gut. Ja, wir sind auch sehr schön. Das ist clean, aber sehr gemütlich. Lieber Wein, lieber Sekt? Ich denke, Wein sieht schöner aus. Im Sommer geht bei uns eher der Evolution der Weiß. Wir wissen ja nicht, in welchem Monat dieses Foto erscheint. Sie dürfen auch trinken. Hell oder dunkel kann ich an der Beine annehmen. Entspannt sein zu machen, nichts kaputt. Dazu ist ein ganz bequemtes Foto. Meine Sockenverdeckung her. Jetzt bräuchten wir wieder die Haare von rechts. Das ist die Welle. Den beleuchteten Kleiderstand muss man noch irgendwo in Szene setzen. Aber mit den Socken sieht es blöd aus, oder? Ja. Das ist super schick. Das ist genial, weil endlich erkenne ich dann einmal den Unterschied zwischen blau und schwarz. Ganz rumklappen. Ganz aufmachen die Türen bitte. Die gehen noch viel weiter. Die knallen sicher nicht. Und zu mir kommen aus dem Bild. Perfekt. Kann man die große Ball bilden. Hier passt echt alles perfekt. Das ist der Wahnsinn. Wir haben uns bemüht. Wir haben unser altes Schlafzimmer satt gehabt. Und die Möbel machen wir dann relativ schnell. Ist hier jeder Raum so perfekt? Nein. Eins nach dem anderen. Noch nicht. Bald. Noch nicht. Bald. Das ist alles, was der Kunde will. Das ist das Schöne. So wie man sich das vorstellt. So wird es gemacht. Das bringt man den Mühlenhaus nicht mehr. Dann müssen wir das nehmen. Also okay nicht. Und vom Design her. Jetzt bitte mal alle dahinter. Ihr seid im Weg. Vom Design her war es uns eigentlich klar, was wir wollten. Holz, Glas, Stahl und Füße. Wenn der Ganze gezeichnet hat, ist das immer besser geworden. Hat dann Formel angenommen, wo man sich das eher noch vorstellen konnte. Die gute Lösung war mit dem Brett. Weil die Schräge, da muss man ja mit dem Brett ein bisschen raus. Ja, das stimmt. Sonst sitzt man zu weit drin. Ist dann auch gar nicht schön. Und man schlägt mit dem Kopf an. Ach, da ist Schmuck drin. Oben. Die oben ist schon klar. Ach so. Ne, ne. Geh einfach. Ganz oben. Die hier ist perfekt. Die hier ist perfekt. Die hier ist perfekt. Die hier ist perfekt. So stimmt sie ja. So ganz. Noch was? Stimulation. Ja, ja. Und hier ist auch sogar ein Fernseher. Dahinter der Tür verbirgt sich der Fernseher. Licht ist auch wenn Licht anmachen oder nicht? Ja, unbedingt. Opa. Kasse. Ja, wobei die Idee gar nicht schlecht war, dass es die noch macht. Ach so. Sorry. Okay. Also mach das bitte wieder auf. Es kam jetzt nicht auf die Funktion ab. Ich habe es verstanden. Soll ich von Ihnen noch ein Quotteril machen? Können Sie gerne. Ja. Super, herzlichen Dank. Wunderbar. Wir danken auch. Wir danken auch. Wir sind sehr gespannt. Wir alle. Ja, geil. So schnell geht es ja auch vorbei. Wahnsinn. Wie haben Sie den nächsten Kalender wieder gedacht? 20. Ich sehe das jetzt ja. Oh. Das wissen viele Leute gar nicht. Ich kann es nicht nur nachvollziehen, was da für Arbeit entsteht, da so etwas zu machen. Ja. Ja. Das ist so. Da wird es noch was. Ja. 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 Ja.